Bonjour meine kleinen Barschotts und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Leute und heute spielen wir Infiziert Modus auf der Terminal Map und zwar mit dem lieben Stoiko Hallo Frau Chaya, dem lieben Kid Maeve Und dem lieben, äh ne nicht nur uns, sondern dem lieben Weakness Und dem lieben Schmoggele So Leute, kommt mal mit zum Generator und stellt euch alle rein Okay Leute, und zwar sind wir jetzt am Generator und ich würd mal sagen, ich werf den Baldisch Schicksals und dann der wo der sitzt, das ist er Und es ist Kid Maeve, und es ist Kid Maeve Leute Da sind eure Waffen So Leute, ich würd mal sagen, wir verteilen uns auf der Map und der Infizierte darf dann später irgendwann kommen Verteilt euch, ey Ich respawn einfach ganz kurz, dann geht's los Oder du respawnst und dann geht's schon los Leute Ey Jungs, wir müssen zusammenbleiben, wir müssen zusammenbleiben und aufpassen Lass Oldschool, äh, MW2 mach MW3, Bruder Aber man kommt hier easy hoch Aber das Ding ist, ihr dürft nicht vergessen, der Infizierte kann auch hier easy hoch Komm, da ist er schon Oha, komm Lüste nicht! Nein! Oh, nice, okay, okay, nice Leute Let's go, let's go, let's go So Leute, hier ist der Infizierte Komm mal her, komm mal her Kid Maeve, komm Lass mich in Ruhe Ach, er ist schon runter, er ist runter geschworen Guck mal den an, guck mal den an Wo ist der? Ey Leute, der ist bei mir im Gang, im Gang, im Gang Im Gang, im Gang Passt auf, ey, der ist irgendwo hier Da unten, Jungs, runterflugzeug Jag ihn Komm mal her, du Nice Schmock, hier hat schon zwei Kills, Leute Lass mir auch mal was übrig Kannst du mir schon was kaufen? Äh, ja, ähm, ne Ab zwei, ab eins kannst du dir schon was kaufen Eins ist Holz, zwei ist Metall Äh, zwei ist Stein und drei ist Metall Let's go Okay, Schmock, hier holst du schon was? Warte, Schmock, hier, was hast du da? Was hast du da? Ja, ich, Schmock, hier, ist richtig geil Oh Gott, oh Gott Oh mein Gott, wie schlecht Okay, Leute, ey, ey, habt die Augen offen, ne Wegen dem Infizierten Der kann überall sein Der kann überall sein, Leute Äh, bei mir, bei mir, bei mir Oh mein Gott, er geht da hoch Hä, hä, oh mein Gott, let's go Äh, wo ist der? Wo ist der jetzt? Oh mein Gott Let's go, ey Ich muss mal alleine, ich schwör, Leute Ich krieg keine Kills, ich muss mal alleine losgehen und den holen Den Kidnave Ey, Jungs, er ist bei mir auf dem Flügel Was? Oh, ich hol mir den jetzt Ich hol mir den jetzt Alter Ey, ich bin total Oh mein Gott Weakness ist down, Leute Zwei Infizierte Zwei Infizierte, oh mein Gott Komm noch mal her, komm Kidnave, komm, komm mal her Komm, komm mal her Komm mal her Hallo 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 Nein 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 Oh mein Gott Nein Oh mein Gott Vorbei mit dem Ja, okay, das Schmocki Okay, Leute, okay, okay, Leute Ich bin nur, wir sind nur noch zu zweit Ich und Schmocki, Alter Oh Gott, Digga Digga, pass auf, Digga Wir müssen jetzt zusammenbleiben Die ganze Zeit Ey, ey, auf Flügel, auf Flügel, auf Flügel Oder auf Flügel Ja, wir müssen Auf Flügel, lass den Flügel Lass, lass den holen Ja Ich übernähe Nein, ich hab, okay, oh Nice Oh, okay, nice Digga, nice, okay, sehr nice Ich hab zwei, Digga, zwei, zwei Hey, warte, komm mit Meinst du? Ja, okay, ich spar noch ein Komm mit, komm mit Schmocki, da hinten Da hinten, Frau Chaya Warte, ich schieße in die Law Und du machst die dann Nice, ja, Mann Komm, Taktik Warte, warte, ich lock ihn raus Komm dort Frau Chaya Oh, groß, Auto Digga, nice Oh mein Gott Ey, nein, Schmocki, hilf mir Okay, danke Warte, Kidman ist irgendwo noch hier Digga, der ist ein Fuchs Pass auf Ich hab drei Kills, Digga Ich muss mir was gönnen Komm Digga, hier Nein, ich hab keinen reingemacht Komm Komm Ich hab ihn Ich hab ihn Digga, komm, lass uns beide was gönnen Okay, Schmocki, komm mit Warte, Schmocki, komm mit Komm mit Okay, hol du dir den Automaten Oder ich hol mir den Automaten Ja, hol du dir den Oh, pass auf Die sind gleich da Die sind gleich da Digga, oh Gott Komm rein, komm rein Das ist die Safe Zone Das ist die Safe Zone Wir sind in der Safe Zone Oh, nice, Digga, den Shotgun Äh, ja Okay Let's go, ich hab den Shotgun Okay, geil, geil Okay, lass meinen Kopf noch abholen Komm Okay, warte, warte Wir müssen erst klären Wir müssen erst klären Okay, okay, okay Digga, wir müssen klären Wir müssen aggressiver spielen Okay, nice Okay, Schmocki Nein Schmocki Oh, mein Gott Schmocki Komm mit, komm mit Schmocki, deine Waffe holen Komm, komm, komm Wohin, wohin, wohin Da hinten, da hinten Los, 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 los Oh mein Gott Schmocki, schnell Wie viele Kills hast du, Schmocki? Ich hab 10 Okay, einer von uns 10, schon Digga, noch 5 Kills brauchst du Dann gewinnst du das Beziehungsweise gewinnen wir das, Digga Ja, mach noch 5 Kills Okay, hier, Frau Chaya Hier, Frau Chaya, Digga Nein Aua, danke, Bruder Alles gut Äh, ja Ich hatte die ganze Zeit 100 live Ähm, egal Oh mein Gott Und da haben wir den Weakness, Leute So Das war genau so ein Shot Wie ein Ball gegen den Okay Ey, ich brauch Ey, komm mit, komm mit, Schmocki Ich hab 2 Kills Ich hol mir hier direkt was Okay, okay, okay Let's go, let's go, let's go Oh, noch eine Shot Digga, ich bin nur Shotgun, Digga Okay, ich muss noch eine Du musst mich auch reinholen, ne? Okay, okay Komm Oh, mein Gott, okay Okay Okay, ich hab noch einen Kill Okay, ich muss mir ein 1er kaufen Hey, links, links Ja, ja, lass da hoch Lass da hoch, lass hoch Pass auf, pass auf Ähm Enter euch Ey, Schmocki Nein Ich hab ihn Let's go, let's go, Schmocki Komm, wir da hinten, komm wir da hinten Wir müssen von hinten, wir müssen von hinten rein Komm mit, komm mit Okay, ich würd mal sagen, wir machen zwar Oh, oder so, oder so Ja, save, lass ihn nicht save So, schnell Schnell, 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 schnell rein Schmocki, schnell, Schmocki, schnell Wo sind die? Junk? Oooo Okay, nice Oben bei dem Kanister, wo es explodieren kann Ich seh sie Wo seh Hahaha Ja, aber online Schmocki, Schmocki, ich brauch noch einen Kill Da kann ich mir, kann ich mir auch nochmal einen Dreier gönnen Dann hol ich mir einen Chak-Chak-Tigger Wo, 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 wo Komm runter, komm weg, komm weg, komm weg, komm weg Lass hier vor campen Die sollen hier reinkommen Okay, okay Weil hier ist der Chak-Chak, glaub ich, drin Ach, da sind die Ja, äh Hier, hier, oh, die kommen alle Die kommen alle Die kommen alle Okay, okay, ich hab Dreck jetzt Und Kid Maeve Kid Maeve auch down Schmocki, Schmocki, hol Stefan Hol Stefan, hol Stefan Warte, warte Leute, da kommt jetzt ein Cut Schmocki hat mich aus Versehen gekillt Das zählt natürlich nicht So, Leute, und zwar geht es hier wieder weiter Und wir haben drei Kills gemacht Das heißt, wir dürfen uns einen Mini gönnen Okay, Schmocki, wie viele Kills hast du jetzt insgesamt? Ich hab 13 13, okay Hier, let's go, ey, diesen Dach Diesen Dach Oha, oha Okay, Stefan ist down Wo es geht, Maeve, Digga Oh mein Gott, was ein Schock Oh mein Gott, Digga, Digga Nein, Schmocki ist down Oh mein Gott Nein, Leute Ich hab 11 Kills 11 Kills Digga, Schmocki, du warst nicht bei 15, oder? Nee Oh mein Gott Aber ich werde dich jetzt töten Okay, ey, ich hab 13 Kills 13 Kills, zwei Stück noch Zwei noch Ja, komm doch, komm Schmocki, geh weg Schmocki, geh weg Gib mir nicht die 15 Kills Gib mir nicht die 15 Kills Komm her, Digga, komm her Komm her Ich renne Ich renne Jetzt jage ich die Oh mein Gott, die sind zu viel Ey Jungs, Jungs Ey, das soll fair bleiben Jungs, das soll fair bleiben Ich muss nachladen Jungs Okay, einen Ah, Digga Einen nur noch Einer nur noch Nein Komm Nein Leute, wir schaffen es Wir haben es geschafft 15 Kills Ah, warte, ich kann sogar noch mehr machen Hier und 16 und Was? 17 Digga, ich hatte Schild Ich hab Jack-Jack, Digga Und, Leute, wir haben das ganze Ding gewonnen Würde ich mal sagen Und, natürlich gehen wir in die zweite Runde So, Leute Und zwar ist Burak jetzt der Infizierte Weil er zuerst geholt wurde Und ich würde mal sagen Let's go, Leute Ähm, warte mal Ist das hier Der anonyme Treff der Ironmans Da mach ich gerne mit Da mach ich gerne mit Äh, hier Ja, warte mal Warte mal Hier, Stoico Komm, mach mal mit Ähm, ja Äh, äh, Jungs Jungs, Jungs Jungs Oh mein Gott Oh Ey, äh Ich glaube das ist eine dumme Idee Irgendwelche Emotes zu machen im Kreis, Leute Ich würde mal sagen, äh Ja, ich hab Angst Ey, Frau Czaja Komm mal her Komm mal her Komm mal her Komm mal her Komm mal hier rein Was wollen sie von mir hier? Komm mal hier rein jetzt Komm mal her Ey, wie geht's dir so, ey? Ja, ganz gut Hast du meine SMS bekommen? Wurde, hast du gerade Schmock hier mit mich nebenbei getroffen? Hey, nein Ja Hahaha Los, drauf, drauf, drauf Drauf, drauf, Leute Oh mein Gott Nein, nein Oha, oha, oha Nein Oh mein Gott, Leute Wir sind jetzt auch ein Infizierter Let's go Wir holen jetzt alle, Digga Frau Czaja, wer ist das? Let's go Wir holen die jetzt, Digga Ey, komm mal Jungs Komm mal Jungs Komm mal Jungs Komm mal Jungs Ja, Mann Ja, Mann Kommt doch hier rein, Digga Komm her Komm her Komm her, du kleinen Beistet Komm her Ah, du musst nachladen Hahaha Du musst nachladen Kid, wir fahren wir auch schon mal, Leute Ey, ey Wir müssen jetzt Schmocki holen, Digga Bevor wir Stefan holen Alle auf Schmocki, Digga Wo ist der, wo ist der, wo ist der Wir wissen aber nicht, wie ich bin Doch, ich weiß, wo du bist Wie mit Frau Czaja Ich hab Wallhack Warte, warte Wo seid ihr, wo seid ihr, wo seid ihr, wo seid ihr Oh nein Schmocki Oh, hallo Brudak, sag an, sag wo die sind Brudak, wo sind die Im Flugzeug Im Flugzeug Komm, komm, komm Okay Okay Oh, da hat er mich geholt Der Schmocki Der darf sich keine Waffe holen Hast du dir schon eine Waffe gekauft, Schmocki Ich hab schon eine Waffe Ich hab eine Waffe Scheiße Mist Hab ich auch gedacht Ich komme Los, Angriff Angriff, Angriff, Angriff Nein Nein Bruder Nein Komm Brudak, Brudak, komm Wir holen erst Stefan und dann Schmocki Nein Nein Okay Stefan ist einfach wüge Frau Caja Komm, 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 komm Bruder, komm Bruder, ich hab Angst Nein Wacht auf mich Oh mein Gott, let's go, let's go Ey, Kidmef, dreh um 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 Achso Ja, wir haben ihn Oh, wir haben ihn Nein Oh mein Gott Oh, okay, warte Wir müssen es schlau machen Kidmef, Digga Ey, was ist noch leer? Was ist noch leer? Äh, das Schlürf 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 Dings, Jugger Komm, 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 komm Komm, 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 komm Warte, irgendwer muss entgegenkommen Jungs, kommt alles innen Oh mein Gott Oh mein Gott Duty-Free-Shop von Ah Nein Okay, er ist eingefangen Er ist eingefangen Er kann nichts machen, Digga Komm her Komm her Komm her Jetzt passt er Ja Brudak, geh links Ich hab ihn Ich hab ihn Gerade Gerade beim Schlürfen Hab ich ihn bekommen Digga Jetzt fehlt nur noch Frau Chaya, oder? Ja, mich findet ihr nicht Ey, eh Kachbar Wo bist du? Ja, such meine Telefon nochmal Okay, warte, ich ruf kurz an Warte Warte kurz Oh shit, ich hab Ja, ich hab Vibration eingeschaut Ich seh sie Wo, 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 wo 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 ist die? Ach da Ach da Okay Ich weiß Oh mein Gott Hä, wo ist der? Als ob Komm Brudak Ja Nice Leute Die Infizierten haben diese Runde gewonnen Und ich würd mal sagen Wenn euch das Video gefallen hat Lasst doch mal ein Like oder ein Abo da Checkt auf jeden Fall auch mal die Jungs ab Und natürlich mein Instagram Leute Und ich würd mal sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao